Commander, Ihre Zivilisten sind jetzt hier beim Schiff. Gut, die Corvus abriegeln. Husk wird Truppen schicken, um die Corvette einzunehmen. Ja, Commander. Ich bin dabei. Was Sie auch sagen. Vorsicht in dem Sturm. Scoutläufer! Ich sehe die Flugabwehrkanonen. Ich erledige sie. Ich kann wirklich nicht fassen, wie weit es der Admiral treibt. Er befolgt seine Befehle. Seine Befehle sind Müllen. Unsere auch. Wir müssen die Zivilisten von Vardos wegbringen. Und was dann? Erstmal verlassen wir das imperiale Gebiet, dann überlegen wir uns einen Plan. Tye, direkt vor Ort! L.T.S.T. Da, die Hauptzielschüssel. Wenn wir sie zerstören, sind alle Geschütze im Sektor deaktiviert. Ausschalten. Ich bringe uns zur Corvus. Ich bringe uns möglichst nah hin. Eine Barrikade blockiert unseren Weg. 80-80, von links! Das ist mega, dann. Oh nein! Was ist das denn für ein Monster? Weiter feuern! Wir können sonst nirgends hin! Auf die Barrikade ziehen! Jaa! Gute Arbeit, Commander! Wir haben es fast geschafft! Kirby, wir sind fast da! Kurvus, wir sind fast da! Genau! Schnelle, Commander! Wir Sturm ist- Nein, Aiden, über uns! Was ist denn? Jawoll! Was ist denn? 9, 9, 9, 9, 9, 9. Hier kommt das alte Fuß weiter näher. Corvus, Rampe runter und alle an Bord holen! Ja, Commander, aber der Blitz schließt unsere Systeme kurz. Es könnte etwas dauern. Scan läuft. Ja, ein paar von mir. Stellung halten! Ja, Commander! Scan nach Bedrohung. Truppler aufhalten! Verstanden, Commander! So! 3-2! So! So! Wir sind auf die Treppe! Oh! Noch eine Einheit im Anmarsch! Ich seh' sie! Weiß die Späne wachsen vorab! Ich... Komm her! Bitte nicht noch mal rein! Weiß die Späne wachsen vorab! Ich muss nur in die Kompass! Ich bin jetzt hier raus! Ich bin jetzt hier raus! Boy! Aber kann ich jetzt mal gehen oder was? Oh nein! Das ist ein schwerer Schütze, Alter, das ist wirklich gut. Haltet den Scoutläufer auf! Ja und wie soll ich ihn aufhalten? Gampus! Sie können an Bord, Commander! Los! Nein! Also ich kann es nicht mehr sagen. Die Story ist geil, die Grafik ist geil. Die Story ist geil, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr sehen. Du machst das. Du musst hinnehmen.